So, Vifi, Omi, habt ihr die Torte hier? Ich bin ganz entspannt. Ich bin ganz entspannt. Gott liebt die Kinder, er weht uns alle ein. Gott liebt die Kinder, wir wollen heilig sein. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geist. Welchen Namen haben Sie Ihrem Kind gegeben? Katharina, Mario und Enriette. Was erbieten Sie von der Kirche Gottes für Katharina, Mario und Enriette? Aufhören. Mit großer Freude empfängt ich die Gemeinschaft der Glaubenden. Im Namen der Kirche bezeichne ich dich mit dem Zeichen des Kreuzes. Herr, allmächtiger Gott, du hast deinen eingeborenen Sohn gesangt und durch ihn den Menschen, die in der Sünde gefangen waren, die Freiheit der Kinder Gottes geschenkt. Wir bitten dich, Herr, Herr Katharina. In unserer Welt ist es vielfältig Versuchungen ausgesetzt und muss gegen die Nachstellungen des Teufels kämpfen. Und die Kraft des Leidens und der Auferstehung der Menschen, befreie es von der Erbschuld und der Verstrickung in das Öl. Stärke es mit der Gnade Christi, behüte es alle Zeit auf dem Weg seines Lebens. Durch ihn, Christus, unser Herr. Stärke und schütze dich die Kraft Christi des Erlöses, der lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Katharina, Mario und Enriette? Stärke und schütze dich die Kraft Christi des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Hast du die Schriftzeit? Christus angezogen. Das weiße Gewandser der Zeiten für diese Würde bewahre sie für das ewige Leben. Du bist es nicht der Welt, du bist der ganze Welt und unsere Tage. Christus angezogen. Wo bist der Feind, der uns zur Küche kam? Christus angezogen. Christus angezogen. Christus angezogen. Gott, der Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Gehe ihm in Frieden. Dankeschön. 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 Karin liebsel. Dankeschön. Karin liebsel. Hups, Hups! Da, 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 da! Hier! Hallo! Danke, Markus! Da, da, da!